Hallo, da im Gipf. Ich glaube. Warte, ich muss sie erst mal suchen. Hat den einen, den du siehst, meine ich. Nee, der hat sich hier versteckt hinter diesem Barrikaden. Wo siehst du die, Arme? Du bist heilen Urwangelig, oder? Ja. Jetzt Ambush vor. Einen habe ich. Auf den Bahnschienen ist auch noch einer, als du den gesehen hast. Jetzt liegt der da. Da rennt er. Ja. Jetzt ist es in die Lüge. Der liegt jetzt da. Oh, habe ich ihn jetzt verwischt? Jupp, der zweite ist auch weg. So, ich habe zwei erwischt, die rechts von den Bahnschienen gelaufen sind. Ob ich irgendwie sind die anderen auch noch da? So, ich werde jetzt bloß mal die Position hier wechseln. Ich bin schräg links hinter dir an den Bahnschienen. Du bist schräg links hinter mir, okay. Ich glaube, ist das der Ural, der da steht, neben diesem Windrad? Ja. Bist du auf den Bahnschienen da hinten? Was? Du bist auf den Schienen rum, ne? Hm, ich bin geduckt und stehe hier. So, jemand mit Nachtsicht sehe ich da, das bist du, ja? Ja, das bin ich. Okay. Aber die Bots haben auch Nachtsicht auf. Ja. 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 Wenn ich es hinter mir, dann wirst du das gewesen sein. So, ansonsten sehe ich hier im Moment keine Bewegung weiter. Was geht hier? Ja. Was geht hier? So, also die Kirche sehe ich. Aber das war es auch schon. So, dann... So. 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 So, sieht jemand von euch irgendeinen? Ne. Ich sehe nämlich auch keine mehr. Aber irgendwo müssen sie da sein. Hm. Hm. Nichts. Gar nichts. Ich bin jetzt mal auf der anderen Wandseite bei der weißen Scheune. Bei der weißen Scheune, okay. Die Frage ist natürlich, wie weit schwärmen die aus? Gehen die bis in den Wald hier rein oder bleiben die in der Nähe der Straße? Wie sind denn da eure Erfahrungen? Die meisten sind da an der Straße, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Macht mir schon endlich gut. Eigentlich kann man die da alle sehen. Von der Windmühlung, von der Schneide raus und vor. Mein Eingang müsste man vielleicht wieder da sein. Von der Hauptkarte. So. Ich sehe hier nichts. Nein, ich sehe einen. Wo? Aber ich greife. Oh. Oh, einer noch. Oh. 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 so ich bin jetzt was war das jetzt ist hier einer bei mir in der nähe von euch ich nicht ich hätte nämlich schwören können dass ich hier gerade was gehört habe ich bin jetzt im grunde genommen wenn du aus dem hauptor der scheune guckst bin ich ein bisschen rechts davon am waldrand und liege gerade hier hinter einem baum warte mal ich kann ja ich war eben der meinung ich hatte rechts von mir irgendwo was gehört also wenn es rechts von mir waren es auch nicht meine ap ssd schüsse hast du hast hattest du geschossen gerade eben ja auch zum wies okay nicht dass es nachher doch das war was ich vernommen habe ja aber wie lassen sie sich nicht blicken ich glaube mal weiter vor ich bin jetzt gerade nein ja wo warst du ich war hinter der weißen scheune genau das ist ja im wald der ist im wald ja ich sehe ihn ok nice oh nein schießt aber auf mich ich aus